Ich habe gedacht, ich komme da nicht mehr dran, werde nicht mehr nominiert, habe keine Freunde oder nur gute Freunde, aber es gab jemanden, Udo Lindenberg, ein Rocksänger seines Zeichens, der mich nominierte, aber ich denke, ich mache da nicht mit. Ich werde einen größeren Check schreiben. Du heißt Blüter, du heißt Blüter, ja. Temperament, ja, SWR 3, der ist toll, geil. Wer wird nominiert, wie geht es weiter? Ich nominiere Sebastian Kumbigl, Ulla Kock am Brink und meinen sehr lieben Kollegen Sascha Zeuss von der SWR 3 Morning Show. Okay, galo. Au!